Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, herzlich willkommen. Hallo hier aus Düsseldorf. Wir tauchen in den nächsten rund fünf Minuten mal wieder in die Welt der Charts ein. Und für heute habe ich ein ganz besonderes Thema rausgegriffen, ein Herzensthema, nämlich die Analyse der Marktbreite. Das ist ein ganz großes Steckenpferd meinerseits, unsererseits und in unseren Publikationen im Daily Trading, im Jahresausblick widmen wir dieser grundsätzlichen Marktverfassung regelmäßig sehr viel Raum und breiten Raum ein. Und wir tun das mit einem wirklichen Brustton der Überzeugung, denn ja, die Analyse der Marktbreite oder schnell viele Aktien filtern zu können, das ist ein echter Mehrwert der technischen Analyse, ganz allgemein gesprochen. Und um im Bild zu bemühen, ein Trend, der ist so lange intakt, wie er von der Mehrzahl der Titel getragen wird. In dem Sinne, in diesem Bild ist die Marktbreite sowas wie der Seismograph, das Börsenbarometer für die zukünftige Entwicklung. Und spiegelbildlich verursacht es dann beim technischen Analysten Bauchschmerzen. Wenn ein Trend von immer weniger Einzelwerten getragen wird, dann liefert die Marktbreite hier ein Warnsignal. Und dann kommen wir mal oder schlagen wir den Bogen zur aktuellen Situation. Das ist genau die Konstellation, die derzeit vor allen Dingen in den USA zu konstatieren ist. Und hier insbesondere im Technologiebereich, die Advanced, die Kleinlinie, der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien, die notiert praktisch auf dem Low vom Jahresultimo, vom Jahreswechsel 2022, 2023. Und dagegen, das wissen wir alle, hat der Nasdaq, also der Technologiesektor, doch eine sehr, sehr überzeugende Performance im bisherigen Jahresverlauf 2023 aufs Börsenpaket gelegt und eine spürbare Erholung vollzogen. Das heißt, hier öffnet sich die Schere. Da gibt es eine große Diskrepanz zwischen der Marktbreite auf der einen Seite und der tatsächlichen Kursentwicklung auf der anderen Seite. Heißt überspitzt, der Grad an Selektivität, der hat zugenommen. Und es gibt im Technologiesektor insbesondere nur noch eine Handvoll Zugpferde, während die Masse der Titel sukzessive ein anderes Bild zeigt. In der Summe ist das eher ein mahnender Zeigefinger. Und das ist auch eine Konstellation seitens der Advanced, die Kleinlinie für den Nasdaq, die wir sehr genau beobachten werden. Und Investorinnen und Investoren sollten es uns an der Stelle gleich tun. Wenn wir jetzt die USA verlassen und diesseits des Atlantiks die Situation in Europa auf den Prüfstand stellen, dann stellen wir fest, hier ist ein gänzlich anderes Bild zu konstatieren. Hier gibt es eine gänzlich andere Ausgangslage. Dieser älteste Marktbreiteindikator, den man heranziehen kann, also die Advanced, die Kleinlinie. Nochmal zur Erinnerung, der Saldo aus gestiegenen und gefallenen Aktien für jeden einzelnen Börsenhandelstag. Der hat in Europa für den Stocks 600 zuletzt ein neues Bewegungshoch erreicht. Das ist technisch gesprochen schon mal ein sehr starkes Ausrufezeichen. Und die Marktbreite signalisiert hier in Europa hierzulande also weiterhin grünes Licht. Und der Aufschwung wird hier tatsächlich von einer breiten Basis von Einzelwerten getragen. Also die Frage, haben wir eine gute grundsätzliche Marktverfassung? Haben wir eine Advanced, die Kleinlinie, die Rückenwind liefert? Ja oder nein? Diese Frage ist aktuell vor allen Dingen eine geografische. Und das denke ich ist ein schönes Schlussfazit für diese besondere Sendung zum Thema Marktbreite. Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am 1.6. steht unser traditioneller Stock 3 HSBC Tradathlon wieder an. Mit geballtem Wissen zum Thema technische Analyse, zum Thema Trading, zum Thema strukturierte Produkte. Einen ganzen Tag lang von morgens 8 bis abends 8 Online-Seminare zu den benannten Themenkomplexen. Herzliche Einladung. Seien Sie unser Gast. Schauen Sie rein und profitieren Sie von dem Expertenwissen, den wir an der Stelle versuchen weiterzugeben. So und das soll es jetzt tatsächlich gewesen sein. Vielen Dank für das Interesse. Machen Sie es gut und vor allen Dingen ganz viel Erfolg bei Ihren eigenen Trading Aktivitäten. Tschüss aus Düsseldorf und herzliche Grüße, Ihr Jörg Scherer. Düsseldorf, 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 D Untertitelung des ZDF, 2020